eToro präsentiert den Spieltagscheck. Moin, liebe HSVer, herzlich willkommen zum eToro Spieltagscheck vor dem 27. Zweitligaspieltag. Am Sonnabend geht es für unsere Rothosen in die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Es geht zu Fortuna Düsseldorf in Begleitung von mindestens 4.500 von euch. Darauf freuen wir uns riesig. Und für unseren heutigen Gast ist die Reise zu Fortuna Düsseldorf auch ein bisschen die Reise in die alte fußballerische Heimat. Ich sage Moin und herzlich willkommen an unseren Scoutingleiter, an Klaus Koster. Moin. Moin. Schön, dass du da bist, Klaus, und dir heute die Zeit für uns genommen hast. Ich habe gerade schon gesagt, als Chef-Scout bist du bei uns tätig. Dieser Job verlangt von dir und deinem ganzen Team auch, dass ihr sehr viele Spiele vor Ort im Stadion schaut. Hast du dann überhaupt die Möglichkeit, unsere Auswärtspartien wie jetzt in Düsseldorf auch im Stadion anzuschauen? Oder bist du an einem anderen Ort im Einsatz zu der Zeit? Ja, erstmal danke für die Einladung. Ja, das ist völlig richtig. Die Hauptarbeitszeit von mir und auch von meinen Mitarbeitern ist das Wochenende. Das bedeutet, dass wir am Wochenende eher selten unsere eigenen Spiele gucken. Natürlich ist es trotzdem wichtig, um ein Update über unsere eigene Mannschaft und den Leistungsstand der Mannschaft zu bekommen. Aber in der Regel sind wir nicht im Stadion, sondern sind überall sonst unterwegs. Das heißt, auch am Wochenende in Düsseldorf bist du nicht vor Ort oder kannst du es diesmal einrichten? Nee, ich werde nicht live in Düsseldorf sein. Sondern du versuchst dann die Partie, kannst du ein iPad mitnehmen, das du es zumindest verfolgen kannst? Also ich sehe schon alle Spiele, aber viele davon halt dann re-live. Oder wenn es die Möglichkeit ergibt, dann per auf dem iPad oder wo auch immer, dann im Auto oder im Hotel. Du hast einen Großteil deiner aktiven fußballerischen Karriere ja in Nordrhein-Westfalen und vor allem eben auch bei der Fortuna verbracht. Bist darüber hinaus bei Viktoria Köln zwischenzeitlich mal als Co-Trainer tätig gewesen. Und hast bei Bayer Leverkusen auch das Themenfeld Scouting für dich entdeckt. Jetzt bist du seit drei Jahren bei uns in Hamburg. Beschreib doch mal für uns, wie ist denn aktuell noch deine Beziehung und deine Verbindung ins Rheinland? Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, ich habe fünf Jahre für Fortuna Düsseldorf gespielt. Es war auch sportlich mit Sicherheit meine erfolgreichste Zeit mit dem Aufstieg in die zweite Liga 2009. Dementsprechend sind da immer noch sehr gute Erinnerungen, sehr positive Erinnerungen und auch gute Kontakte zur Fortuna und zu den Verantwortlichen. Mit Adam Bocek ist noch ein Spieler da, der sogar doch zu meiner Zeit mit dabei war. Aber ansonsten der Sportdirektor, der neue Sportdirektor Christian Weber ist ein sehr, sehr enger Freund von mir. Und im ganzen Team, ums Team herum sind noch sehr, sehr viele Leute, mit denen ich gute Erinnerungen verbinde und mit denen ich auch regelmäßigen Kontakt pflege. Das heißt, wir hören schon so ein bisschen raus, schon noch eine besondere Begegnung für dich, die da am Wochenende ansteht. Darüber wollen wir gleich nochmal ganz ausführlich sprechen. Wir blicken jetzt aber noch einmal kurz zurück auf die vergangene Woche, in der rund ums Volksparkstadion wieder jede Menge los war. Und wir haben in dieser Woche gute Nachrichten, weil einige Jungs wieder zurück auf den Trainingsplatz kehren konnten. Darüber und über alles, was sonst noch bei uns am Rund ums Volksparkstadion los war, informieren wir euch jetzt in unserer Rubrik Unser HSV. Der Trainingsplatz am Volkspark füllt sich wieder. Bis zum Ende der Woche waren alle Corona-Erkrankenspieler zurück auf dem Rasen. Inwiefern sie für das Wochenende wieder eine Option sind, erklärte Cheftrainer Tim Walter auf der Pressekonferenz. Unter Verantwortung sind wir dann auch bewusst, dass man gerade in diesen Zeiten dann auch sehr vorsichtig sein müssen. Darum waren die Jungs, die jetzt dann auch mit Corona infiziert waren, alle im UKE, haben ihre Untersuchungen gemacht, um dem Ganzen natürlich vorzubeugen. Aber momentan haben sie alle einen guten Stand. Ob sie dann über 90 gehen können, das muss man einfach schauen. Aber wie gesagt, wir sind breit aufgestellt, dass man das auch kompensieren kann. Auch Gegner Fortuna Düsseldorf hatte in den letzten Wochen Corona-Fälle in der eigenen Mannschaft zu beklagen. Unser Trainer weiß dennoch genau, worauf es gegen die Fortuna ankommen wird. Ja, ich glaube, egal ob sie jetzt gespielt haben oder nicht gespielt haben, die haben eine schlagkräftige Truppe, die über sehr, sehr hohe Qualität verfügt. Ja, und trotzdem wissen wir, was wir ja gut machen und was wir ein Stück weit auch noch verbessern wollen. Aber wir fahren stolz geschwellter Brust einfach dahin und wollen unser Spiel durchziehen. Ja, bei allem Respekt vorm Gegner geht es darum, unser Spiel durchzuziehen. Und das wollen wir auch am Samstag so machen. Freudige Nachrichten gab es in dieser Woche außerdem von Mario Wuskowitsch. Der Kroate wechselt fest bis 2025 an die Elbe und bleibt damit weiterhin ein Teil des HSV. Also jede Menge los gewesen in den zurückliegenden Tagen. Und darüber wollen wir jetzt nochmal ausführlicher mit Klaus Koster sprechen. Klaus, wenn wir vielleicht einmal auf Mario Wuskowitsch eingehen, der jetzt die Raute noch ein paar Jahre länger auf der Brust tragen wird und sich ja wirklich in den vergangenen Monaten hier rasend schnell eingelebt und auch festgespielt hat auf dem Platz. Wie ist deine Einschätzung zu ihm? Wie nimmst du ihn auf dem Platz, aber auch im Alltag hier rund ums Volksparkstadion wahr? Ja, ich glaube, Mario Wuskowitsch ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir uns in den letzten zwei, drei Jahren als Verein und in der gesamten Strategie entwickelt haben. Ich glaube, wir sind den Weg der Entwicklung konsequent gegangen und Mario Wuskowitsch ist dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie die Zusammenarbeit zwischen Scouting, Kaderplanung und vor allen Dingen auch dem Trainerteam funktioniert. Ich glaube, er hat sich super entwickelt. Ich glaube, er hat die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern auch übertroffen. Aber wir haben uns natürlich auch was dabei gedacht, als wir Mario Wuskowitsch verpflichtet haben. Und es ist schön zu sehen, dass es am Ende so aufgegangen ist. Er ist ja am Deadline-Day der vergangenen Sommertransferperiode zu uns gewechselt. Ihr hattet ihn natürlich aber schon sehr viel länger auch auf dem Zettel. Nehmt uns mal mit, wie läuft das insbesondere bei international agierenden Spielern ab? Könnt ihr auch diese Spieler immer mal wieder vor Ort scouten oder läuft das dann vor allem über Videoaufnahmen? Grundsätzlich ist es sehr, sehr unterschiedlich, wie Transfers zustande kommen. Manche können lange vorbereitet werden, bei manchen Transfers muss man schnell handeln. Bei Mario war es halt so, dass wir ihn in Kroatien häufig gesehen haben, weil er ja schon Stammspieler bei Heiduk Split war. Aber besonders ist er uns nochmal aufgefallen in der U21 bei der Europameisterschaft, die letztes Jahr im Frühjahr stattgefunden hat, wo er als jüngster Spieler in der kroatischen Mannschaft wirklich starke Leistung gebracht hat. Und wir hatten ihn auf dem Zettel und waren dann geduldig und hartnäckig. Und als es am Ende dann die Möglichkeit sich ergeben hat, da haben wir natürlich schnell gehandelt. Und ja, es ist natürlich auch eine super Arbeit vom Sportdirektor und vom Sportvorstand, so eine Verpflichtung dann auch umzusetzen. Nicht nur am Deadline-Day, sondern in der ganzen Transferphase kursieren ja immer jede Menge Namen durch die Presse, durchs Netz immer mal wieder. Taucht dann auch jemand plötzlich auf, von dem man das vielleicht gar nicht unbedingt erwartet hätte. Für euch ist das natürlich aber alles gar kein Zufall, sondern da steckt ganz viel Arbeit und ganz viel Fleiß dahinter. Kannst du uns so ein bisschen in euren Alltag mal mitnehmen, wie konkret arbeitet ihr auch jetzt schon während der Saison dann für die Kaderplanung der kommenden Spielzeiten? Ja, also Kaderplanung und auch Scouting, das ist ein dynamischer Prozess, der permanent im Hintergrund abläuft. Wie du es gerade ansprichst, Namen, die dann durch die Medien geistern, das können wir nicht immer steuern, nicht beeinflussen und schon gar nicht verhindern. Aber das stört uns eigentlich nicht in unserer Arbeit. Wichtig ist, dass intern gut zusammengearbeitet wird. Und ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Ja, zum Thema Kaderplanung und Scouting. Wir beobachten unsere Kernmärkte dauerhaft. Wir tauschen uns eng aus. Die Scouts sind unterwegs. Wir arbeiten auch datenbasiert. Also wir versuchen, ein vollumfängliches Bild von den Spielern zu generieren, um dann für jedes Regal eine Option parat zu haben. Und am Ende ist es dann halt eine Frage der Kaderplanung. Was ist der Bedarf? Und dann versuchen wir aus unserer Sicht, die bestmöglichen Vorschläge zu machen. Wie sieht das konkret aus, wenn ihr jetzt einen Spieler oder ein Spiel grundsätzlich begleitet? Sitzt ihr dann mit einer gewissen Checkliste auf der Tribüne? Oder was sind vielleicht Punkte, die euch ganz besonders wichtig sind? Ja, du sprichst es an. Die Checkliste ist zwar nicht auf dem Papier in dieser klassischen Form mit dabei, aber im Kopf ist sie schon vorhanden. Und das ist so ein bisschen die Arbeit. Wir versuchen, den Spieler komplett zu durchleuchten in all seinen Teilbereichen für uns zu zerlegen, um ihn vergleichbar zu machen, um ihn mit anderen Alternativen, mit unserem eigenen Kader vergleichbar zu machen und dann zu diskutieren. Und ja, im Prinzip ist es wirklich so, dass man versucht, eine gedankliche Checkliste abzuarbeiten, wo man auf alle Facetten, die ein Fußballspieler ausmachen, eingeht. Was macht diesen Job für dich auch ganz persönlich so besonders? Ja, zum einen ist Fußball, glaube ich, von jedem, der es mit dem HSV hält, die Leidenschaft. Ich habe selber gespielt. Man kommt davon nicht los. Es ist im Stadion zu sein, Fußballspiele zu gucken. Das ist einfach irgendwie kein Beruf, sondern eine Berufung und eine Leidenschaft. Und wenn man dann noch seinen Teil dazu beitragen kann, zusammen mit der Scouting-Abteilung, dass am Ende Spieler hier spielen, dass wir am Ende größtmöglich sportlichen Erfolg haben, dann ist das ein Riesenansporn für mich und für jeden Einzelnen in unserer Abteilung. Und ich glaube, das ist ein absolutes Privileg, in dem Bereich arbeiten zu dürfen. Du hast deine Abteilung und auch den Bereich Kaderplanung gerade schon angesprochen. Du bist da vor allem auch in einem ganz engen Austausch mit unserem Sportdirektor, mit Michael Mutzel. Wie sieht dieser Austausch ganz konkret aus? Ganz konkret sind unsere Bürostür an Tür und die Türen sind in der Regel offen. Das heißt, man kann wirklich von einem täglichen Austausch sprechen. Wenn Michael nicht da ist oder ich nicht da bin, dann telefonieren wir. Es vergeht fast kein Tag, an dem wir nicht zumindest kurz über diverse Themen, die auf der Agenda stehen, sprechen. Also der Austausch mit Michael ist sehr, sehr eng. Dazu machen wir natürlich wöchentlich größere Meetings, wo dann auch die Themen in einer etwas größeren Runde besprochen werden. Der Austausch mit dem Trainer ist auch sehr eng, aber der tägliche Austausch ist vor allem mit Michael leer. Heißt, wenn es darum geht, neue Spieler für uns zu gewinnen, dann ist das am Ende auch immer eine Entscheidung, die ihr gemeinsam trefft oder zumindest gemeinsam vorbereitet? Absolut. Nicht nur vorbereiten, sondern vor allen Dingen treffen, weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste in dieser ganzen Thematik Scouting, Kaderplanung und vor allen Dingen Transfers. Und da sind wir, glaube ich, auch wirklich so als Team aufgestellt, dass wir alle Entscheidungen kontrovers diskutieren. Da gibt es definitiv auch verschiedene Meinungen, verschiedene Blickpunkte auf die Thematik. Aber am Ende sind Transfers immer Teamarbeit vom Scout unten bis nach oben zum Sportvorstand und zum Vorstand, der die Verträge unterschreibt. Da steckt jede Menge Teamwork drin und die Entscheidungen fallen dann auf jeden Fall immer in der Gruppe. Teamwork und Austausch ist auch ein Stichwort, was uns zur vergangenen Woche führt, wenn auch in einem anderen und leider nicht ganz so positiven Zusammenhang. Ihr habt es ja sicherlich auch alle mitbekommen. Wir hatten leider mehrere Corona-Fälle bei uns in der Mannschaft und auch im Staff. Wie hast du diese zurückliegende Woche wahrgenommen und erlebt? Ja, sehr dynamisch und auch sehr, sehr in negativer Hinsicht abwechslungsreich. Das Thema Corona war natürlich für uns alle letzte Woche irgendwie ein bisschen dominierend. In meiner Rolle, muss ich ehrlich sagen, bin ich da eigentlich auch nur Informationsempfänger gewesen. Das ist ja dann eher ein Thema, was die Verantwortlichen, gerade auch um Lennart Kort, um die Ärzte, aber auch Michael und Jonas in Absprache mit dem Trainerteam dann zu diskutieren haben. Für mich selber war es ja im Prinzip auch so ein bisschen als interner Außenstehender eine Sache, wo ich die Daumen gedrückt habe, dass es irgendwie möglichst wenige trifft, dass die Verläufe möglichst glimpflich sind. Aber ich war da glücklicherweise nicht so in die ganzen Themen involviert. Du warst aber selbst Profi. Kannst uns vielleicht aus der Warte einmal mitnehmen, was es mit einer Mannschaft macht, wenn sie so kurzfristig ein Pflichtspiel absagen muss und zunächst mal zumindest aus dem sportlichen Rhythmus gerät? Ja, ich glaube, dass es sehr, sehr unangenehm ist, wenn man so kurz vorher dann von einer Absage erfährt. Nichtsdestotrotz, die Gesundheit geht vor, die Regularien sind, wie sie sind. Wenn am Ende nicht genügend Spieler ansatzbereit sind, dann sind die Regularien so, dass ein Spiel abgesagt wird. Ich glaube, das hat sich keiner gewünscht. Wir nicht, sicherlich auch der Gegner nicht. Aber das muss man so nehmen, wie es ist. Und am Ende wird das Spiel nachgeholt. Und da muss man halt an dem Tag gewinnen. Gutes Vorhaben, würde ich so unterstreichen. Jetzt sind wir zunächst erstmal froh, dass die Jungs in dieser Woche auch größtenteils wieder zurück auf den Platz kehren konnten und wollen noch einmal den Blick in die nahe Zukunft, die da Fortuna Düsseldorf heißt, richten. Fortuna ja auch eine sehr turbulente Zeit hinter sich. Hattest du auch Kontakt zu deinen ehemaligen Bekannten bei der Fortuna jetzt noch in den zurückliegenden Tagen? Ja, speziell mit Christian Weber, den ja dieses Thema jetzt in seiner neuen Rolle extrem beschäftigt hat, der extrem damit zu tun hatte. Fortuna hat gespielt, auch obwohl sie sehr viele Corona-bedingte Spielerausfälle hatten. War sicherlich auch für ihn und für das ganze Team drumherum sehr anspruchsvoll. Ja, der Austausch ist auf jeden Fall durchaus rege. Was für eine Partie dürfen wir und dürfen die HSV-Fans denn in Düsseldorf erwarten? Ja, auf jeden Fall eine sehr intensive Partie. Fortuna hat sich jetzt in den letzten Wochen extrem stabilisiert. Ich glaube, seit dem Trainerwechsel nicht mehr verloren, viele Punkte geholt und sind jetzt in einem guten Flow. Wir sind aber auch selbstbewusst und wir sind auch ambitioniert. Und ich glaube, da wird ein interessantes Spiel auf uns zukommen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die drei Punkte mitnehmen. Du hast den neuen Trainer Daniel Thun, unseren Ex-Coach, gerade schon angesprochen. Außerdem sehen wir Khaled Narey unter anderem wieder. Du ja ohnehin sehr viele Freunde und Bekannte. Und gleichzeitig ist es eben auch eine sportlich unfassbar wichtige Begegnung. Die Liga ist am vergangenen Wochenende ja nochmal ein bisschen enger zusammengerückt. Nürnberg und Heidenheim sind auch wieder voll dabei, was die oberen Tabellenplätze angeht. Kannst du aktuell eine Prognose abgeben? Was erwartet uns da noch für einen Saison-Endspurt? Ja, auf jeden Fall ein sehr enger Saison-Endspurt. Ich halte nicht so viel von Prognosen und Hochrechnungen und würde auch gerne dann die drei Euro ins Phrasenschwein später noch einzahlen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man aufs nächste Spiel guckt und von Spiel zu Spiel guckt. Die Konstellation ist eng. Wir haben ein Spiel weniger. Es geht aber auch darum, dass viele Mannschaften noch gegeneinander spielen. Was aber in der Liga auch nicht viel bedeutet, weil wir ja auch gesehen haben, dass viele Mannschaften oder jede Mannschaft gegen jede Mannschaft was holen kann. Das bedeutet, man muss wirklich schauen, dass man die Punkte einsammelt. Und dementsprechend Prognosen halte ich mich zurück. Die drei Euro fürs Phrasenschwein nehmen wir gerne mit. Dann lass uns aber vielleicht noch einmal ganz konkret auch auf Düsseldorf schauen und auf deine Einschätzung, wie wir agieren müssen, worauf wir achten müssen, was wir machen müssen, damit wir am Ende die drei Punkte hier mit ins Volksparkstadion bringen. Ja, ich glaube, das sind eher Themen, die die Analyse und der Trainer beantworten müssen. Ich glaube, es ist so, dass wir eine spezielle Art haben, Fußball zu spielen, die die Mannschaft jetzt über die letzten Monate super adaptiert hat. Es macht Spaß unserer Mannschaft, zumindest mir macht es großen Spaß, unserer Mannschaft beim Fußballspielen zuzugucken. Und unser Spiel steht und fällt ja meistens damit, wie gut wir in unsere eigenen Abläufe reinkommen, wie gut wir unseren Fußball, den der Trainer, den das Trainerteam sehen möchte, umgesetzt bekommen. Immer in den Spielen, wenn wir das geschafft haben, dominant zu sein und das so umzusetzen, dann sind wir sehr, sehr schwer zu bezwingen. Und ich glaube, das muss der Anspruch sein. Und natürlich müssen wir uns auf den Gegner einstellen. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir bei uns sind und unseren Fußball versuchen durchzudrücken. Unseren Fußball dominant auf den Platz bringen. Darum wird es am Sonnabend in Düsseldorf gehen. Und wir gucken uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an, was die Fortuna eigentlich so drauf hat. Mit Fortuna Düsseldorf trifft unser HSV am Sonnabend auf eines der aktuell formstärksten Teams der Liga. Seit Ex-HSV-Trainer Daniel Thun die Fortunen im Februar als Chefcoach übernommen hat, sind die Düsseldorfer ungeschlagen. Thun holte mit seinem Team in seinen ersten vier Partien zehn von zwölf möglichen Punkten. So viel wie noch kein Düsseldorfer Trainer seit Gründung der Bundesliga bei der gleichen Anzahl an Spielen. Auch das Torverhältnis der Fortunen in den letzten fünf Partien kann sich sehen lassen. Das Offensiv-Trio aus Narey, Hennings und Ginczek traf in den vergangenen Duellen neunmal ins Netz. Und auch die Defensive der Fortunen hat sich stark verbessert. Keeper Florian Kastenmeier und seine Vordermannschaft mussten sich unter Thun nur über drei Gegentore ärgern. Allerdings hatte die Fortuna, genau wie die Mannschaft unseres HSV, zuletzt mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen. Im Laufe der Woche erwarten die Düsseldorfer allerdings den Großteil der infizierten Spieler zurück auf den Platz. Und auch Trainer Daniel Thun ist bereits von seiner Corona-Infektion genesen und bereitet sich und sein Team auf ein Wiedersehen mit dem HSV vor. Und damit gehen wir rein in die Crunch-Time, in der Klaus gleich 60 Sekunden lang versuchen wird, diesen Ball hochzuhalten. Währenddessen stelle ich ihm Fragen zu seiner aktiven Karriere, zum HSV und zur zweiten Bundesliga ganz allgemein. Jede richtig beantwortete Frage gibt einen Punkt. Wenn du die Antwort mal nicht weißt, dann sagst du einfach weiter und wir hüpfen eine Frage weiter. Fällt der Ball innerhalb der 60 Sekunden auf den Boden, endet die Crunch-Time sofort und es zählt der Zwischenstand. Ansonsten zählen wir die Punkte nach 60 Sekunden zusammen. Und du hast gerade schon gesagt, Prognosen sind nicht so dein Ding. Trotzdem eine Zielvorgabe für dieses Format. 60 Sekunden den Ball hochhalten. Versuchen wir mal, gehen wir es an. Wenn du bereit bist, zähle ich runter und dann können wir starten. Drei, zwei, eins und los. Mit welchen aktuell aktiven Fortuna-Profis standest du gemeinsam auf dem Platz? Adam Bocek und Ruven Hennings. Korrekt. Für wie viele Vereine aus Nordrhein-Westfalen hast du im Profibereich gespielt? Drei. Korrekt. Wie viele Spieler haben wir im vergangenen Sommer verpflichtet? Neun. Korrekt. In welcher Liga spielt der SC Fürstenfeldbruck? Ach, keine Ahnung, achte Liga. Kreisliga ist korrekt. Gegen wen hast du dein Zweitliga-Debüt gefeiert? Tuskoblenz. Korrekt. Mit welchem Spieler hast du die meisten gemeinsamen Spiele in deiner Karriere absolviert? Boah, Galtano, Mano? Falsch. Jens Langeke. Wie viele Spieler in unserem Kader sind größer als du? Zwei. Falsch. Vier. Wer ist aktueller Kapitän bei Fortuna Düsseldorf? Äh, Adam Bocek? Korrekt. Viktoria Köln steht aktuell auf einem Abstiegsplatz. Wahr oder falsch? Falsch. Korrekt. Gegen wen hast du dein erstes Drittliga-Tor erzielt? Dynamo Dresden. Korrekt. Welche war deine letzte Rückennummer? Die vier. Das ist auch korrekt. Und wenn wir mal kurz nachzählen, dann kommen wir bei acht richtigen Antworten raus. Das ist dafür, dass du vorhattest, 60 Sekunden den Ball hochzuhalten. Auch eine richtig gute Ausbeute. Zweitplatte Platzierung in dieser Saison. Danke und ich weiß nicht, fürst du Verbruck tatsächlich keine Ahnung und Kreisliga, Achteliga? Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Vielleicht muss ich das nochmal nachrecherchieren, ob Kreisliga gleich Achteliga ist. Ich weiß es auch nicht. So oder so, schon mal ein riesiges Dankeschön an dich, Klaus, dass du heute da warst. Und danke auch an euch alle da draußen fürs Zuschauen. Und das war es vom Spieltagscheck vor unserer Partie bei Fortuna Düsseldorf. Wir freuen uns auf alle, die die Reise am Sonnabend mit uns antreten oder die uns auch von Hamburg oder von sonst wo aus die Daumen drücken an alle, die nicht im Stadion sein können. Nett Radio einschalten, nicht vergessen. Und damit sagen wir Tschüss und nur der HSV. Und damit sagen wir Tschüss und nur der HSV.